Hallo! Hallo zusammen, wir sind die Hook Frost und wir schauen jetzt auf Ellings an. Der Trainer! Und ich mach das Ding mal groß. Oh, warte mal. Kurz laden lassen und genießen. Ach Gott! Oh, Pipi-Kacka! Die Headcrap! Okay, das sieht er schon. Oh Gott! Schön! Okay! Oh! Oh! Oh, sehr geil! Alles schüssig, alles schüssig, es ist... Okay, das könnt ihr... Oh! Die Töne! Sie werden sehen, was er kennt und dann werden wir ihn abziehen. Oh, das ist mein Freund. Ich habe dir nie erzählt, ich konnte Sie nicht. Ich bin so sorry, Baby. Ich bin so sorry, Baby. Oh! Die Träne, die Träne, die Träne, die Träne, die Träne, die Träne, die Träne nicht sch đến. Sehr geil! Okay. Okay. Oh, fuck. Oh, Merz schon. Musst du ja gar nicht lange warten. Zusammen mit Doom. Ja, ich glaube, das verschieben sie jetzt noch mal. Ja, okay. Kannst du mal bitte die Bilder da zeigen? Das kann ich euch jetzt offiziell zeigen. Mein Gott, ja, uuuh. Humpa-lumpa, sag ich mal. Kann man die Vollbild eher. Aha, aha, aha. Okay, okay, das ist alles VR. Ich habe ja noch gescherzt, dass mit VR so alles ein bisschen runter geht. Bei der Performance ein bisschen gedrückt wird. Oh. Es sieht... Es sieht... Es sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Es sieht hammer aus. Es sieht... Es sieht sehr gut aus. Es sieht wirklich wunderbar aus. Fantastisch aus. Aber, ähm, ja. Aktuell ist das ja in jedem Spiel fast ähnlich, sage ich mal. Das ist richtig. Aber ich sage, diese virtuellen Spiele aber weniger. Das, ähm... Das, ähm... Denke ich jetzt zumindest mal... Oh. Aber guck mal, das Licht. Das sieht sehr schön aus. Das habe ich jetzt schon gesehen. Die Details in das Licht. Uuuuh. Und die Physik. Ah, da Teppich. Guck mal. Ja. Oh, ja, 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 ja. Das Interessante über das Physik-Thema, also... Aber komm. Oh, ja, okay. Ja, natürlich. Hey, Heserl. Oh, 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 oh. Und, ähm... Ist es richtig, ähm... Können wir mal gucken hier, aufgucken hier. Notwendig, gell? Es ist absolut notwendig, ja. Ein VR-Headset, ja, richtig, richtig. Und was kostet's? 44, okay. Ist so, na gut, so als Mittelding. Als Mittelweg-Night-Jerl. Okay. Okay, Action-Abenteuer. Oh, oh, oh. Okay. Ähm... Komm, wir schauen uns das nochmal an. Nochmal. Sollen wir das tun? Ja? Tun wir das jetzt nochmal genauer analysieren. Oh, aber bitte ein Vollbild, ja. Mit Sahne, wenn schon. So, nochmal. Ah, das sieht schon sehr gut aus. Hammer, Hammer. Ähm... Geht das auch mal weg? Sehr schön, sehr schön. Der Nadel, was ist das? Der Nadel! Oh! Ja, das ist... Entschuldigung. Bitte. Äh, danke. Oh. Wenn man nochmal genau hinguckt, ist ein Detailrad drin. Ja, ein Detailrad ist sehr, sehr... Fantastisch. Das, das ist halt... Das könnte natürlich sehr interessant sein, weil die Finger ja du auch bewegen kannst. Das ist schon... Ah, das ist gigantisch gut. Eigentlich ist es genau das, was man eigentlich... Oder was schon... Das ist halt... Das... Erwarten würde. Die ganze Physik, ja. Auch überall, ja. Das suchen, das rumwühlen und die Kacke auspacken. Das ist schon Hammer. Es könnte... Es könnte... Es könnte... Tatsächlich eher mehr so ein V-Survival-Spiel werden. So ein bisschen mehr mit Munition suchen und... Wie fett, ja. Aber... Mit Puzzles und so weiter. Oh, das ist gut, das ist gut. Also atmosphärisch jetzt schon... Uh... Hammer. Doch, also... Krass, Schnitzel. Mein Gott. Ja, doch. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Bei manchen Filmen oder... Oh, aufpassen. Oder alle Tümen, die alte Gurke. Die alte Fettgurke. Also doch, ja. Es ist wirklich, ja. Wir brauchen einen Index. Ja, toll. Dann muss ich einen Kredit aufnehmen und das zu kaufen. Machen wir das sowieso. Aber nee, doch. Hammergeil. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerschaft hier. Wir waren die Hookbros. Wir waren die Hookbros. Und haben hier... Ja, Futter gefasst. Ich könnte es mir jetzt gerade nochmal einziehen. Ja, machen wir das gleich. Schaut euch das nochmal genauer an. Ja, schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Richtig. Ich will wissen. Es ist Hammer. Es war wunderbar. Ja. Wunderschön. Also ich bin echt gespannt, was es ist. Ja. Wirklich echt, echt sehr gespannt. Es wird das neue Feeling. Ja klar, okay. Es wird das neue Half-Life. Ich bin gespannt. Ja, mach's. Ja, Entschuldigung. Vielleicht gibt es aber auch noch eine Version wirklich nur für einen PC. Das... Kann ich mir jetzt schlechter vorstellen, weil du hast ja wirklich die Griffe. Ja, das ist das Problem. Ja. Und auch kein Problem. Oder sie machen Half-Life 3 halt doch. Das ist genau so. Jedenfalls war es wunderbar und viel Spaß bei uns, unseren anderen Sachen. Ja, viel Spaß. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ja, klickt hier unten. Jetzt kommen so Sachen, tauchen jetzt auf. Die haben wir jetzt nicht im Abspann. Sind die da unten schon? Abonnieren. Hier Support. Hier eine Playlist. Epische Videos. Wir sind geil. Sowieso. Huh. Nein. Wir haben zumindest Männer tippen. Ja. Ja, uns sieht man auch schlecht heute hier im Kleineck. Wir haben ja auch den Blickpunkt auf Alex gelegt. Richtig. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.